Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok und Co. Die Namen haben wir alle schon einmal gehört. Und sicherlich nutzen wir auch die eine oder andere Plattform. Doch welche sozialen Netzwerke nutzen die Schülerinnen und Schüler? Wie verhalten sie sich dort und welche Erfahrungen haben sie gemacht? Das große Thema Medien- bzw. Medienerziehung ist in allen Deutschlehrplänen vorhanden. Da es sich jedoch dabei um ein sehr schnelllebiges Thema handelt, müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer häufig selbst auf die Suche nach aktuellen Texten gehen und schauen, welche Phänomene die Schülerinnen und Schüler wirklich beschäftigen. Eine Kompetenz, die mit dem Thema Medien oft einhergeht, Sachtexte lesen, verstehen und bewerten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zu den Unterrichtsideen für das Fach Deutsch ab Klasse 5. Mein Name ist Laura Thurn, ich bin Lehrerin für die Fächer Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und Erdkunde am Max-Planck-Gymnasium in Trier und Westermann-Autorin. Die Podcast-Reihe Westermann-Freistunde Unterrichtsideen für das Fach Deutsch ab Klasse 5 ist als Blick in die Praxis gedacht. Ich gliedere den Podcast immer gerne in einen fachlichen Teil. Heute wird der Fokus auf dem Umgang mit Social Media liegen und einen Praxisteil, also wie das Ganze dann im Unterricht umgesetzt werden kann. Ich erhebe dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, hier wird keine perfekte Reihenplanung vorgestellt, es sind einfach nur Unterrichtsideen. Diesem Podcast liegt wie immer auch ein Link bei. Gehen Sie auf podcasts.schule, wichtig ist das Plural S, und dort finden Sie weitere Ideen, Arbeitsblätter und Literaturangaben. Sie haben im Anschluss an diesem Podcast konkrete Fragen? Kontaktieren Sie mich einfach über mein Instagram-Profil Frau Thorn. Ja, welche sozialen Netzwerke nutzen Schülerinnen und Schüler? Eine Antwort kann die Gym-Studie geben. Jugend, Information, Medien. Jedes Jahr werden für die Gym-Studie Jugend, Information, Medien Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren in ganz Deutschland interviewt. Und das wurde auch 2022 gemacht. Dabei kam heraus, dass WhatsApp wie auch in den letzten Jahren abgeschlagen auf Platz 1 ist und nämlich 93% der Jugendlichen nutzen WhatsApp regelmäßig und 85% sogar täglich. Und daran sieht man, dass das wirklich das wichtigste Medium für die Schülerinnen und Schüler ist. Dabei muss man bedenken, dass Schülerinnen und Schüler WhatsApp nicht unbedingt nur nutzen, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu stehen. Viele sind auch in großen WhatsApp-Chatgruppen. Und da sind dann auch, wie in anderen Netzwerken, viele ungefilterte Informationen, die durchgehen. Und das ist besonders wichtig bei den ganz jungen Schülern, die dann auch da einfach zu viele Informationen vielleicht bekommen könnten. Aber zunächst mal zur Studie. Auf Platz 2 nach WhatsApp folgt dann Instagram. Und da zeigt sich, dass Mädchen Instagram deutlich häufiger als Jungs nutzen. 70% der Mädchen nutzen Instagram regelmäßig. Bei Jungen sind es nur 54%. Und auch im Altersverlauf sind Unterschiede zu sehen. Die 12- bis 13-Jährigen, da sind es 40%, die Instagram nutzen. Bei den 18- bis 19-Jährigen sind es dann schon 76%. TikTok ist auf Platz 3 und wird von 54% der 12- bis 19-Jährigen regelmäßig verwendet. Und damit baut es seinen Vorsprung zu Snapchat, die bei 45% liegen, weiter aus. Facebook, ja, wie die letzten Jahre auch, liegt immer so bei 28%. Und da sieht man schon, dass es ein bisschen abgeschlagen ist und eher, ja, ich sag mal, ältere Leute mittlerweile Facebook nutzen. Die Plattform Discord, welche hauptsächlich für Nachrichten, Chats, Videoanrufe im Gaming-Bereich steht, wird von 16% mindestens mehrmals pro Woche genutzt. Und bei Jugendlichen, die auch im Gaming-Bereich unterwegs sind, die täglich digitale Spiele spielen, liegt der Anteil sogar bei 26%. Zwischen Mädchen und Jungs zeigen sich bei der Nutzung verschiedener Plattformen auch große Unterschiede. Junge nutzen nämlich eher Plattformen, die im Gaming-Bereich angesiedelt sind, wie eben genannt Discord, aber auch Twitch. Und Mädchen verwenden hingegen häufiger soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok, Snapchat, aber auch Pinterest. Ja, was können wir mit dem ganzen Thema jetzt anfangen, mit diesen Studien? Das ist meine Idee zum Einstieg. Ich mache das ganz gerne, dass ich innerhalb der Klasse eine anonyme Umfrage starte, dass ich mich also an diesen Fragen auch der Gym-Studie dann orientiere. Die Umfrage kann man zum Beispiel machen mit menti.com oder invote.de. Das ist kostenlos, das ist anonym. Die Schülerinnen und Schüler können da entweder direkt im Unterricht mit dem iPad oder mit dem Handy die Antworten eingeben oder auch zu Hause. Und dann können sie sich die Daten dann auch visualisieren lassen und die Ergebnisse in der Klasse besprechen und die zum Beispiel dann auch mit der repräsentativen Gym-Studie dann auch vergleichen und sehen, ob das Medienverhalten innerhalb der Klasse ähnlich ist wie in ganz Deutschland. Und die Ergebnisse können dann direkt mal diskutiert werden. Und so findet man, denke ich, einen ziemlich guten Einstieg direkt in das Thema, bevor es dann daran geht, mal Fachbegriffe zu klären oder sich ganz bestimmte Themen über Sachtexte dann zu verständigen. Was bedeutet Social Media überhaupt? Soziale Medien, soziale Netzwerke? Wir sprechen die ganze Zeit schon davon, was ist das überhaupt? Grundsätzlich kann man sagen, dass es Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien sind, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen und oder zu pflegen. So sagt es das Handbuch der sozialen Medien von Tadeken und Schmidt. Und daran sieht man, es hört sich sehr gut an, ja, man kann sich damit vernetzen, man kann mit anderen Menschen dann kommunizieren. Und das ist, denke ich, auch der positive Faktor der sozialen Medien. Aber wie wir alle wissen, gibt es auch negative Faktoren, die definitiv auch in Betracht gezogen werden müssen. Denn soziale Netzwerke stehen nicht nur für Austausch, Kommunikation, Vernetzung von Menschen auf der ganzen Welt. Es sind einfach verschiedene Anbieter, die dann Plattformen generieren. Und das Besondere ist, dass die Inhalte, die auf diesen Plattformen ausgetauscht werden, immer von den Nutzern selbst stammen, also sogenannter User Generated Content. Und das ist der große Unterschied zu anderen Massenmedien, wie wir sie bisher im Deutschunterricht auch hauptsächlich dann besprochen haben, wie zum Beispiel TV, Radio, Zeitung und so weiter. Dieses Sender-Empfänger-Prinzip wird, ja, irgendwie ein bisschen aufgelöst und hin zu einem, der Empfänger ist nicht nur bloßer Empfänger, er wird Rezipient, er wird Produzent selbst. Und das geht aber einher mit in der Vergangenheit so gut wie gar keinem Filter. Mittlerweile werden ja immer mehr Filter auch eingebaut, aber die irgendwie so ein bisschen hinterherhinken. Es gibt immer mal wieder Aufruhr, dass man sieht, okay, da hat ein Filter nicht funktioniert. Da wurden zum Beispiel Jugendliche mit Inhalt konfrontiert, der nicht für sie geeignet ist. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist. Schauen wir uns auch mal die Geschichte an. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Woher kommen überhaupt die sozialen Netzwerke? Wo ist da überhaupt irgendwo mal die Grundlage geschaffen worden dafür? Und da kann man das einteilen in so die sogenannte Vorphase. In den 70er, 80er Jahren wurde überhaupt erst mal das Internet entwickelt. Und das wird als Vorphase der sozialen Medien dann auch gesehen. Die Frühphase ist dann so zwischen 89 und 99. Da sind erste Bloggingseiten entstanden. Die Seite classmate.com ist entstanden. Aber in der Regel waren es eher noch wenige Leute, die sich dort ausgetauscht haben. Und die mussten sich auch schon richtig gut auskennen mit dem Internet damals. In den 2000ern, 2002 bis 2003 ist dann so genannte Mainstream-Phase. Immer mehr Menschen nutzen soziale Medien wie Wikipedia, MySpace, LinkedIn. Die kennen wir heute noch. Diese Plattformen werden zum Teil heute auch noch häufig genutzt. Und die sind in der Zeit dann aufgekommen. Die sogenannte Popularisierung hat dann ab 2004 bis 2011 stattgefunden. Und da sind eigentlich die sozialen Netzwerke entstanden, die wir heute am häufigsten nutzen. Facebook, StudiVZ, YouTube, wer kennt wen, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, übrigens TikTok erst ab 2016. Aber manche sind auf der Strecke geblieben auch, ja. StudiVZ, wer kennt wen, gibt es so nicht mehr. Aber die Großen haben überlebt bis heute und die nutzen wir immer noch. Ab 2011 wurde das Ganze dann auch so umgestellt, dass man damit Geld verdienen kann. Also Geschäftsmodelle sind hinzugekommen. Man hat Firmen angeboten, dort Profile zu erstellen. Man kann Einkäufe tätigen über soziale Netzwerke. Und es ist zu einem gewinnbringenden Geschäftsmodell geworden, das Ganze. Ja, warum ist dieses Thema so wichtig? Ich denke, es ist wichtig, weil alle Schülerinnen und Schüler damit Berührungspunkte haben und alle das auch nutzen. Ziel ist es im Unterricht zu sensibilisieren, was alles möglich ist in den sozialen Netzwerken, denn darüber haben Schülerinnen und Schüler oft keine Vorstellungen. Denn es gibt viele Risiken, das heißt nicht, dass man es verteufeln muss, aber es ist wichtig zu wissen, dass es diese Risiken gibt, dass man also sich ja dort aufgeklärt sozusagen bewegen kann in den sozialen Netzwerken. Das fängt an bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, bei Identitätsdiebstahl, sogenanntes Phishing. Aber es kann auch sein, dass man versehentlich vielleicht sogar private Inhalte veröffentlicht, weil man sich nicht bewusst ist, wie viele Menschen das am Ende sehen können. Dann auch die zu hohe Reichweite. Schülerinnen und Schüler denken vielleicht, dass sie bestimmte Inhalte nur mit Freunden teilen, aber doch versehentlich zu viele Menschen damit kontaktiert wurden. Und dass wirklich dann alle in diesem sozialen Netzwerk diese Videos zum Beispiel sehen können. Versteckte Werbung kann ein Problem sein, aber auch Kontakt mit Fake News zu sagen, ja, ist das jetzt Fake oder ist das Wahrheit? Oder auch, das sind dann weitere Probleme, die entstehen können, wenn man zu viel soziale Netzwerke konsumiert, dass man eine gestörte Selbstwahrnehmung bekommt, weil man immer nur perfekte Darstellungen in den sozialen Netzwerken über Filter auch sieht. Generell Mediensucht, dass man wirklich zu viel Zeit in den sozialen Netzwerken verbringt, aber auch dann Probleme wie Cybermobbing oder auch Cybercrooming, also die sexuelle Belästigung von Jugendlichen im Internet. Das sind alles Dinge, da sollte man wissen, dass es die gibt und dass die vorkommen können und da sollten wir die Schüler hinsensibilisieren. In allen Lehrplänen ist mittlerweile auch das Thema angekommen, zumindest die, die überarbeitet wurden. Ich bin ja Lehrerin in Rheinland-Pfalz und da wurde zu kurzem auch der Lehrplan geändert. Früher hieß es da im Lehrplan, der war glaube ich von 98 oder 99, dass man sich mit Computer und neuen Kommunikationstechniken auseinandersetzen soll und dem Internet, ja, das ist alles ein bisschen abgeändert worden. Dann im neuen Lehrplan, jetzt heißt es, dass man Mediennutzung reflektieren soll und auch im Zusammenhang von digitalen Nutzungsprofilen, Algorithmen, Gestaltung und Wirkung, digitale Angebote, zum Beispiel personalisierte Werbung im Unterricht dann auch behandeln soll. Und das finde ich total wichtig, dass das jetzt mittlerweile auch in allen Lehrplänen angekommen ist, dass es im Deutschunterricht wichtig ist. Ja, ein Thema, das damit einhergeht, wie informiert man sich darüber? Man liest Sachtexte und das ist das zweite Thema hier im Podcast, das wir heute besprechen wollen. Einen Sachtext lesen, verstehen und bewerten. Wenn Sie nochmal Interesse haben generell am Thema lesen, lese, verstehen, dann hören Sie sich doch nochmal die Podcast-Folge 5 an, da sage ich nochmal ein paar detailliertere Sachen noch dazu. Sachtext, aber was ist das überhaupt? Sachtext wird auch Gebrauchstext, pragmatischer Text, logischer, expositorischer oder funktionaler Text genannt. Und da gibt es aber viele verschiedene Möglichkeiten innerhalb der Kategorie Sachtext, denn es gibt verschiedene Intentionen, warum man einen Sachtext schreibt. Sachtexte können zum Beispiel informativ, informierend, darstellend sein, dass zum Beispiel eine wissenschaftliche Publikation verfasst wird oder auch ein Bericht. Sachtexte können aber auch expressiv sein. Dabei wird der Leser über die eigene Situation des Autors informiert, so eine Art Selbstmitteilung zum Beispiel. Sachtexte können aber auch kommentierend sein. Dem Leser wird dann eine Meinung zu einem Sachverhalt mitgeteilt, zum Beispiel in einem Kommentar oder einem Zeitungsartikel. Sachtexte können appellativ, appellierend sein. Dabei wird eine ganz bestimmte Haltung des Lesers, des Autors dann offensichtlich, zum Beispiel bei der Rede oder auch wenn man sich mal ein Wahlprogramm genauer anschaut. Sachtexte können auch argumentativ sein. Eine Meinung wird dann geäußert. Der Leser soll dann mit diesen Argumenten auch überzeugt werden, also so wie bei einer Erörterung, einer Stellungnahme. Es können aber auch normative Sachtexte vorkommen. Da werden Regeln festgesetzt, wie bei einer Norm, einem Gesetz oder einer Hausordnung. Und das ist total wichtig, denn wenn die Schülerinnen und Schüler einen Sachtext lesen, müssen sie immer wissen, welche Intention dahinter steckt. Denn es ist natürlich sehr gefährlich, wenn sie denken, es ist eine wissenschaftliche Publikation, aber in Wahrheit ist es ein Kommentar. Und da muss man natürlich sehr differenzieren können. Und daher ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das immer gut zuordnen können. Wenn sie dann die Texte lesen, ist das so wie bei allen anderen Texten auch, dass sie zunächst einmal einen Lesedurchgang starten, also bestimmte Daten dann aufgenommen werden und diese Daten werden dann mit dem Wissen abgeglichen. Also die sogenannten wissensgesteuerten Prozesse werden dadurch angeregt. Mit vorhandenem Wissen wird das Ganze abgeglichen und dann wieder an die Daten, also die einzelnen Wörter, herangetragen. Und so können die Daten dann in diesem Verstehensprozess langsam erschlossen werden. Und wie bei allen Lesevorgängen auch, je häufiger wir lesen, je geübter wir im Lesen sind, desto mehr Kapazitäten bleiben dann zum gleichzeitigen Leseverstehen übrig. Und dabei ist auch immer zu beachten, auch je mehr Wissen wir schon aufgebaut haben zu einem ganz bestimmten Thema, desto leichter fällt es dann auch, die einzelnen Daten zu verstehen. Und das führt natürlich dazu, dass wir im Unterricht uns da ein bisschen drauf einstellen sollten, indem wir nämlich immer die sogenannte Aktivierungsphase vorschalten. Das machen wir in der Regel auch ganz normal im Unterricht sowieso, aber da merkt man nochmal, warum das Ganze wichtig ist. Wir wollen die Schülerinnen und Schüler also zu einem Thema hinführen, damit sie schon mal eine Leseintention im Kopf haben und diese Leseintention an den Text herantragen können und so den Text leichter verstehen können. Kann also sein, dass wir Vorwissen aktivieren, dass wir Verstehensziele schon mal formulieren und erst dann in die eigentliche Verstehensphase hineingehen. Auch da ist es so, das vergessen wir als Lehrerinnen und Lehrer häufig mal, wenn wir den Text einmal lesen, dann verstehen wir den Text, weil wir sehr geübte Leser sind, wir sind total im Thema drin, wir haben uns vorbereitet auf das Thema. Die Schülerinnen und Schüler brauchen häufig mehrere Verstehensphasen. Das heißt, sie lesen ihn einmal, lesen ihn noch einmal, aber auf verschiedene Arten. Und da werde ich gleich nochmal einen kurzen Abstecher zu den verschiedenen Lesetechniken machen. Es gibt ja verschiedene Techniken, die wir über Aufgaben steuern können als Lehrerinnen und Lehrer und je nachdem, welche Aufgaben wir stellen, können die Schülerinnen und Schüler die Lesevorgänge dann häufiger wiederholen. Und die Idee ist es natürlich immer, dass wir uns im Unterricht immer wieder einfordern, diese Lesetechniken. Und im besten Fall können die Schülerinnen und Schüler das später selbstständig dann auch anwenden, wenn sie dann außerhalb der Schule mal mit einem Sachtext konfrontiert werden. Zunächst haben wir das überfliegende Lesen. Das ist ein Lesen, um sich erstmal so einen globalen Überblick über einen Text zu machen und zu erkennen, worum es überhaupt geht. Dann schaut man sich mal schnell die Zwischenüberschriften an, nennt das Thema. Man kann auch fragen, welche Intention hat der Text. Handelt es sich hier um einen Informationstext oder einen Kommentar? Oder man schaut sich vielleicht verschiedene Abschnitte an und ordnet Bilder zu. Also es geht nur darum, einen groben Überblick erstmal zu bekommen. Die nächste Lesetechnik ist das sogenannte orientierende oder auch sortierende Lesen. Und das finde ich total wichtig, wenn wir häufig googeln zum Beispiel. Da brauchen wir genau diese Lesetechnik, denn es ist das Lesen mit dem Ziel zu erfahren, ob etwas über ein bestimmtes Thema oder einen Sachverhalt in einem Text steht, ob ein Text für den Leser relevante oder interessante Informationen enthält. Man kann zum Beispiel fragen, du suchst Informationen zum Thema Social Bots, welchen Text musst du dazu lesen? Und dann kann man verschiedene Texte vorgeben oder verschiedene Google-Ergebnisse und die Schülerinnen und Schüler müssen sich orientieren und müssen dann überlegen, welcher Text passt überhaupt zu dem Thema, das ich gestellt bekommen habe. Oder auch die Möglichkeit, du interessierst dich für Jugendbücher zum Thema Cybermobbing, lies die Inhaltsangaben und gib an, welche Bücher passen. Und das finde ich eine ganz wichtige Kompetenz, die wir, finde ich, noch zu wenig im Unterricht trainieren. Das sogenannte kursorische, auch globale Lesen, Skimming genannt, ist das Lesen, um die wesentlichen Aussagen eines Textes zu erfassen. Und dabei will man aus möglichst wenig Daten viel über den Text erfahren. Man kann da zum Beispiel die W-Fragen nutzen und die dann mal so abklappern und da hat man oft schon so die wichtigsten Punkte des Textes mit erfasst. Das sogenannte selektive und suchende Lesen, ich denke, das machen wir am häufigsten im Unterricht, denn es ist das Lesen, um in einem Text bestimmte Informationen zu finden. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Paul D. 9, aus dem Gymnasialenband, da werde ich auch gleich ein paar Texte noch empfehlen, weil ich das sehr gut aufgearbeitet finde, dieses Kapitel. Da ist ein Text von Frank Rapp und der stellt die klassischen Medien, den neuen sozialen Medien gegenüber. Und dann ist die Aufgabe, fasst in einer Tabelle die wichtigsten vom Autor genannten Unterschiede zusammen. Was müssen die Schülerinnen und Schüler machen? Sie haben den Text bereits einmal gelesen, jetzt müssen sie ihn noch einmal lesen, aber nicht mehr ganz, sondern sie suchen sich jetzt ganz bestimmte Informationen in diesem Text zusammen und das ist halt die Kompetenz, die dann in dem Moment trainiert wird. Ein anderer Text, auch im gleichen Band, von Ruth Mohl, der nennt Gründe dafür, warum sich Menschen so leicht von Fake News täuschen lassen. Aufgabe, schreibt die Gründe stichwortartig auf und fügt weitere aus eurer eigenen Erfahrung hinzu. Heißt, man muss den Text auch nochmal durchgehen und noch einmal dann diese Gründe sich zusammensuchen und daher auch die Idee selektives Suchendes Lesen. Das totale, detaillierte Lesen benutzen wir eher weniger. Es ist das Lesen mit dem Ziel, den Inhalt eines Textes möglichst vollständig zu erfassen und dabei geht es wirklich um kleine Details auch. Und das muss man zum Beispiel tun, wenn man eine Inhaltsangabe schreibt. Denn da muss man wirklich den ganzen Text richtig gut kennen, um zu entscheiden, was ist wichtig für die Inhaltsangabe und was nicht. Auch wenn wir so einen Fokus auf den Text legen und einzelne Wörter uns zum Beispiel angucken, lesen wir in dem Moment detailliert. Beispiel auch aus dem Paul D. 9 nochmal. Ruth Mohl spricht in Zeile 38 von einem zweiten Trend, erläutert, was er damit meint und welchen Zusammenhang er zwischen diesem zweiten Trend und der Verbreitung von Fake News sieht. Also wir setzen wirklich hier die Lupe an und man muss es perfekt verstanden haben, wie die Zusammenhänge in diesem Text sind, um dann diesen zweiten Trend genauer erläutern zu können. Und das ist so dieses totale, detaillierte Lesen, das wir damit unterstützen. Und wenn wir die immer einfordern, diese verschiedenen Lesetechniken, dann wissen wir, dass die Schülerinnen und Schüler langsam die Kompetenz aufbauen, von selbst sich Sachtext auch anzueignen und die machen später das automatisch. Also die nutzen dann diese Lesetechniken auch, um sich später dann Texte zu erfassen. Welche Texte kann ich empfehlen? Ich habe gerade gesagt, aus dem Paul D. 9, da finde ich, gibt es wirklich richtig aktuelle Texte, die gut auch zum Lehrplan passen. Zum Beispiel von Frank Rapp. Was ist denn eigentlich Social Media? Also das, was wir eben auch gemacht haben. Mal überlegt, was bedeutet das überhaupt? Also es gibt sogenannte informierende Sachtexte, es gibt aber auch Experteninterviews. Da ist zum Beispiel Stefan Ruhs-Mohl im Interview mit dem Journalisten Niklas Molter und da geht es dann auch über Fake News und man tauscht sich halt aus, wie Fake News in den Medien dann aufkommen zum Beispiel. Weitere Textformen sind auch Lexikon-Einträge, wie, was ist denn überhaupt Fake News und was ist dann mit gezielter Desinformation gemeint, was ist mit Social Bots gemeint, was ist mit Satire gemeint und da können sich die Schülerinnen und Schüler wie in so einer Art Klossar dann auch mal informieren über ganz bestimmte Fachbegriffe. Auch ein Interview mit einem Betroffenen ist vorhanden. Wie lebt es sich mit einem Shitstorm? Da werden die Erfahrungen geschildert, wie ein Mädchen damit umgegangen ist und da sieht man auch, dass das die Schülerinnen und Schüler dann natürlich auch mitnimmt und auch nah am Geschehen der Schülerinnen und Schüler dran ist. Was ich auch interessant finde am Pauli 9, dass nicht nur Sachtexte dort geliefert werden, sondern auch Grafiken, also sogenannte diskontinuierliche Texte und die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist dann auch, diese Grafiken genau auszuwerten, genau zu beschreiben, zum Beispiel die Nutzungsdauer in sozialen Medien, Werktags, gibt es dann so eine ziemlich aufwendige Grafik, die man erstmal genauer studieren muss, bevor man überhaupt die Inhalte erschließen kann und dann soll die dann natürlich auch gelesen werden. Auch Gesetzestexte finden sich im Pauli 9, Gesetz zum Schutz der arbeiteten Jugend und da geht es natürlich dann auch darum, kann man als Influencer in sozialen Medien arbeiten, als Jugendlicher und wenn ja, welche Regeln gelten dann auch für diese Jugendlichen. Ja, weitere Ideen, was kann man noch machen zu diesem Thema? Wenn Sie sich da immer auf dem aktuellen Stand halten möchten, empfehle ich Ihnen, sich selbst in einem sozialen Netzwerk anzumelden und da dann ganz bestimmten Hashtags zu folgen. Ich bin beispielsweise bei Instagram und da gibt es den Hashtag InstaLehrerzimmer und da tauschen sich Kolleginnen und Kollegen aus, zeigen zum Beispiel auch mal Arbeitsblätter, die sie selbst erstellt haben oder bringen Ideen, was kann man so im Unterricht machen. Das ist sehr allgemein, aber wenn man sich den Hashtag Social Media im Unterricht mal anschaut, überhaupt ganz viele Hashtags, wo am Ende steht, im Unterricht, da kann man dann auch schauen, was andere Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema dann schon erarbeitet haben. Und das geht dann über den Austausch im eigentlichen Lehrerzimmer dann hinaus. Zum Thema Influencer und Werbung habe ich mit Schülerinnen schon mal bei Jugend Testet mitgemacht. Jugend Testet ist ein Schülerwettbewerb der Stiftung Warentest und die Idee ist es, dass die Schülerinnen und Schüler selbst überlegen sollen, wie sie einen Gegenstand testen können, welche Kriterien sie dann anbringen können und am Ende soll das Ganze in einem Video vorgestellt werden, das sie dann selbst drehen. Zum Beispiel hat eine Schülerinnengruppe gesagt, wir möchten gerne vegane Gummibärchen testen, haben dann Kriterien sich überlegt, einen Fragebogen erstellt, dann verschiedene Menschen gefunden, die das Ganze auch getestet haben und am Ende haben sie die Ergebnisse dann präsentiert und das führt natürlich dazu, dass sie selbst einmal diese Rolle einnehmen als Influencer, die dann Werbung auch vielleicht für bestimmte Dinge machen oder Dinge testen. Das wird ja häufig auch von Influencern gemacht und da so ein Gefühl für bekommen, mit welchen Mitteln diese Menschen arbeiten. Das Ganze ist auch ein Schülerwettbewerb, dann kann man das Ganze auch einreichen und natürlich ein Preisgewinn hat, also auch noch eine weitere positive Seite. Mit älteren Schülerinnen und Schülern kann ich empfehlen, auch mal selbst Inhalte zu erstellen, in den sozialen Netzwerken ein eigenes Profil vielleicht zu erstellen und dann Reaktionen abzuwarten. Wie das Ganze aufgenommen wird, das kann man mit ganz unterschiedlichen Themen machen. Viele machen das mit literarischen Texten, dass sie dann so tun, als seien sie die literarische Figur und sie posten dann ganz bestimmte Inhalte. Ist alles möglich. Was man auch machen kann, ist einen Schulaccount erstellen, zum Beispiel im Rahmen einer AG, dass man also die Schülerinnen und Schüler anleitet, wie man sich in sozialen Netzwerken verhält, dass man dort halt bestimmte Dinge hochladen kann, dass man Texte dazu verfasst, dass man bestimmte Fotos dort hochladen kann, aber auch die Regeln. Wer darf auf diesen Fotos drauf sein? Möchten diese Menschen? Das muss man sich vorher in ein Verständnis vielleicht einholen, bevor man Menschen dort abbildet. Und das kann man dann mit einem Schulaccount machen, dass man da ähnlich wie auf der Homepage der Schule dann, zum Beispiel wenn ein Wettbewerb gewonnen wurde, kann man das dort dann veröffentlichen. Aber auch mit Klassen mal Regeln für das Schreiben in sozialen Netzwerken erstellen oder wie verhält man sich auf der Schulplattform oder in Klassenchats, dass man überlegt, welche Sprache man da verwenden sollte, welche Register man ziehen sollte und das Ganze also mal im geschützten Raum üben, bevor dann später eigene Posts entstehen und dann auch überlegen, wie die Reichweite solcher Nachrichten dann sind. Was ich auch empfehlen kann, es geht aber erst Jahrzehnte, Elfte Klasse, wahrscheinlich erst, ist die Netflix-Serie Black Mirror. Und die Idee von Black Mirror ist, dass jede Folge ist für sich zu sehen, also es ist zwar eine Serie, aber jede Folge kann man einzeln sehen, denn sie sind untereinander nicht verknüpft. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie sich mit neuer Technik in der Zukunft auseinandersetzen und das Ganze in der Regel auch in eine negative Richtung sich auswirkt. Die Folgen haben in der Regel 60 Minuten lang und ich kann besonders die Folge 1 aus der Staffel 3 abgestürzt empfehlen. Da geht es um die Hauptfigur Lacey und Lacey lebt in einer Gesellschaft, in der es Punkte gibt für alles, was man tut. Und 5 Punkte, 5 Sterne sozusagen, ist die höchste Punktzahl, die man erreichen kann. Lacey hat gerade 4,2 und sie ist auf einem guten Weg. Sie hat einen guten Job. Sie wohnt allerdings mit ihrem Bruder zusammen und möchte jetzt in eine tollere Wohnung umziehen. Für diese Wohnung braucht sie allerdings einen höheren Score und da muss sie einiges für machen. Und sie überlegt sich, ihre Freundin, die hat 4,6 oder 4,8, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und wenn sie auf ihrer Hochzeit die Trauzeugin sein könnte, dann würde sie auch einen höheren Score bekommen. Das ist ihr Ziel, das ist ihr Traum, aber wie das Ganze schon heißt, es heißt abgestürzt, das Ganze geht nach hinten los. Wie können Sie es selber anschauen? Die Altersfreigabe der gesamten Serie liegt bei 16, das ist ein bisschen das Problem. Manche Folgen sind aber schon ab 12 und da einfach mal reinschauen. Die eignen sich wirklich sehr gut, um einfach dieses Thema Medien in der Zukunft im Unterricht zu thematisieren. Und gerade zu dieser Folge, aber generell zu Black Mirror, werde ich aber auch in Zukunft noch eine Podcast-Folge extra anbieten. Schau hin ist auch ein Tipp von mir noch. Das ist die Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der öffentlich-rechtlichen Sender, das Erste und ZDF und auch der AOK-Bundesverband macht mit. Es geht um die Sensibilisierung über die Mediennutzung von Kindern und die bieten einiges an. Nicht nur Medienkurse für Eltern und Mediencoaches, die Fragen beantworten, es gibt auch viele Materialien, einen eigenen Podcast und generell hilft dieses Projekt Familien bei der Medienerziehung. Wir als Lehrer können uns da auch mal umschauen, aber auch ein gutes Projekt, das man dann mal weiterleiten kann, wenn Eltern sich mit der Mediennutzung ihrer Kinder überfordert fühlen vielleicht. Ein letzter Tipp noch. Sie kennen die Reihe Einfachdeut. Da gibt es drei Themenhefte beziehungsweise es sind zwei Themenhefte und ein Arbeitsheft für die Schülerhand, eher für die Oberstufe geeignet. Die Themen sind Medien im Wandel, die Zeitung als Massenmedium, der Film als eigene Kunstform und da werden die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt an die Medienwelt herangeführt und dann auch mit kritischen Themen müssen sie sich auseinandersetzen. Wie immer bei Einfachdeutsch gibt es Arbeitsblätter, Lösungen, Übersichten zu Sequenzen, didaktisch-methodische Anregungen, Klassenarbeitsvorschläge. Ich habe die Hefte schon einige Mal im Unterricht verwendet und finde die wirklich gut und man kann sie direkt anwenden und sie sind immer noch aktuell, aber wie bei allem, das dauert nicht lange, dann wird es überholt, aber da wird bestimmt eine Neuauflage dann nochmal vorgesehen sein. Ich hoffe, Ihnen haben die Ideen zum Umgang mit Social Media gefallen. Geben Sie mir gerne ein Feedback, schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen oder Ihre Unterrichtsideen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß im Unterricht.